Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Das ist das Krieg im Ballsaal. Das ist das Vaseiler Schloss. Und wir spielen wieder Changeware im Panzer. Wir wissen ja was das heißt. Jetzt sind bei uns welche rausgegangen. Wiesen Champion. Okay. Überraschung. Einen weg. Hier. Jerry von oben Oh, war ich allmockiert Der Eisenbahnenknoten Der hat mich gerade überflogen Wir haben Einsatzziel Emil erobert Wir müssen das Ziel erobern Okay, dann fahren wir als nächstes zu C Vorwärts, erobert das Ziel, erobert Das sieht ja eh keiner, das ist ja nur für mich Er wird schon erobert Gucken wir da durch In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar Oh, die wollen wir gleichlaufen Oh, die wollen wir gleichlaufen Okay. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Das Ziel da! Erobern! Ich habe ihn gesehen. Boah, ein leichtes Schlagloch. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ich habe ihn genau gesehen, mein Freund, wir dürfen noch nicht rausfahren. Jetzt. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben einen Erdkans pressen. Die Ausgaben werden mit der Flüchtlings-Basch-Basch-Francher zurückfuhren. Ich habe zwei Erdkans von der Flüchtlings-Basch-Basch-Basch-Basch-Basch-Basch-Basch-Francher. Hier ist nur der eine Irgendwo ist er Wir haben Einsatzziel Albert erobert Ja ich bin bescheuert Wir haben Einsatzziel David verloren Wir haben Einsatzziel Caesar erobert Das habe ich nie gesehen Klappt Das war es da man erwischt keine Lied Klappt 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 Mommen die mich oder was Wir kontrollieren alle Einsatzziele Ja das ist nicht mehr Außer E Wir haben Einsatzziel Emil verloren Klappt 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 Amor, ihr kennt ihn. Na ja, Kleine. Feindlicher Panzerfahrer, da drüben! Ein feindliches Luftschiff ist eingetroffen. Das ist, ähm... Ein feindliches Luftschiff ist eingetroffen. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ein feindliches Luftschiff. Ein feindliches Luftschiff. Ein feindliches Luftschiff. Wow. Das spielen scheinbar gar nicht so viele, wie man meinen ist. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Wir haben keine Schafe. Wir liegen auf ganzer Linie. Alle Ziele gehören euch. Wir müssen in die Treppe überlaufen, dann kippt man so ein bisschen nach hinten. Wir müssen in die Treppe überlaufen. Aufpassen! Feindlicher Soldat! Ich möchte ihn mit dem Panzer da oben raus schossen. Da ist ein Luftschiff! Schaden wir mal damit nicht wirklich. Na ja. Aber jetzt sind alle Gegner, die da noch sind, da oben drin. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Man müsste über den drüber fliegen und dann Bomben drauf haben. Das wäre bestimmt mega epic. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ich bin die ganze Zeit mit dem Panzer. Ich bin die ganze Zeit mit dem Panzer. Ich park den jetzt. In unserer Base. Wir gewinnen. In unserer Base. Ich bin die ganze Zeit mit dem Panzer. Ich bin die ganzen Teile. Tja, Heune. Kein Schwein da gewesen? Was willst du machen? Wir haben Säule weiterhin da drin gesessen. Panzerjäger, Punkte, 6100. Was? Und da kriege ich keins. Schnellpunkter. Trotzdem nicht erreicht. Trotzdem, das war zu nix. Wir sind uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen.